Die folgende Unterrichtsreihe beschäftigt sich mit dem Transistor als Bauteil. Genauer gesagt mit dem NPN-Bipolar-Transistor, was eine sehr gängige, aber doch spezielle Bauform des Transistors ist. Wie bisher auch liegt die Videoreihe in einer Playlist vor, bei der die Videos hierarchisch aufeinander aufbauen. Das heißt, für jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat, bietet es sich höchstwahrscheinlich an, die Videos wirklich der Reihe nach wegzugucken. Und nicht über Videos drüber zu springen, weil sonst der Kontext dann doch etwas verloren geht. Wie man vielleicht jetzt schon hören kann, wird das auch so ziemlich die idyllischste Playlist, die ich hier jemals hochladen werde. Denn es sind massig viele Singvögel um meinen Kopf rum und die werde ich aus dem Audio sicherlich nicht entfernt kriegen, sodass ihr euch jetzt quasi fühlen könnt wie in der freien Natur. Um überhaupt mal eine Idee zu bekommen, wofür man so einen Transistor gebrauchen kann, nehme ich mal ein Grundproblem, was jemandem, der vielleicht so ein bisschen technische Informatik und Basteleien zu Hause macht, bekannt vorkommen könnte. Und zwar nehme ich mir mal einen Raspberry Pi als Ausgangspunkt. Das ist, wer ihn nicht kennt, ein kleiner Minicomputer und der hat die schöne Eigenschaft, dass er hier so eine Pfostenleiste drauf sitzen hat. Das sind die sogenannten GPIO-Pins. Das sind Anschlüsse, mit denen man Spannungen schalten kann oder mit denen man Spannungen quasi messen kann und beurteilen kann, liegt Spannung an oder nicht. Ein gern genommenes Problem ist, dass man hier mit Signalisierung betreiben will. Das heißt, man möchte so einen Pin dafür nutzen, um zum Beispiel eine Lampe anzusteuern, die einem irgendwas anzeigt. Wenn man in das Datenblatt eines solchen Raspberry Pis mal guckt, ich benutze hier mal die Seite vom Elektronik-Compendium, dann stellt man fest, dass diese GPIO-Pins an einem Raspberry gewisse Grenzen haben. Die Spannung von diesen GPIO-Pins liegt immer bei 3,3 Volt. Das heißt, wenn ich die einschalte, liegen 3,3 Volt an. Wenn ich die abschalte, liegen 0 Volt an. Und, und das ist eigentlich eines der größten Probleme, die man dann so in der Praxis hat, ist, die GPIO-Pins können nicht beliebig viel Strom liefern. Hier in der Mitte sieht man, dass die GPIO-Pins maximal 2 bis 16 mA liefern dürfen. Wenn man versucht, einen größeren Strom draus zu ziehen, dann brennt gegebenenfalls der gesamte Raspberry ab. Also abbrennen nicht im engeren Sinne, sondern der geht einfach kaputt. Und dann kann man ihn wegschmeißen und das will man natürlich nicht. Kurzum, wir möchten gerne folgendes aufbauen. Wir haben einen GPIO-Pin. Der ist jetzt quasi für uns sowas wie eine Spannungsquelle. Das ist irgendeiner dieser GPIO-Pins vom Raspberry. Und dieser GPIO-Pin kann 3,3 Volt liefern, wenn er denn eingeschaltet ist. Ob man ihn einschaltet oder nicht, symbolisiere ich hier mal durch den Schalter. Das heißt, Schalter geschlossen heißt, am GPIO-Pin liegen 3,3 Volt an. Schalter offen heißt, es liegt keine Spannung am GPIO-Pin an. Und jetzt möchte ich damit beispielsweise eine Leuchte betreiben. Also symbolisiere ich mir das hier mal durch das entsprechende Symbol. Und wenn ich jetzt den Schalter schließe, soll bitte die Leuchte leuchten. Jetzt hatten wir schon gesagt oder hatten wir gerade gesehen im Datenblatt. Der maximale Strom, den mein Ausgang hier liefern kann, ich nenne ihn mal Imax, das ist der, der maximal fließen darf, sind 16 Milliampere. Im Datenblatt stand 2 bis 16. Ich nehme jetzt mal den maximalen Wert. Wenn man mal eine gängige Leuchte sich anguckt, die man so im Kleinspannungsbereich kriegen kann, dann könnte zum Beispiel unsere Leuchte folgende Daten haben. Es könnte ja sein, und das ist nicht, wie gesagt, das ist nicht an den Hahn herbeigezogen, sondern das sind durchaus übliche Werte, dass ich eine Leuchte habe, die hätte gerne 12 Volt Nennspannung. Und wenn sie dann 12 Volt Nennspannung kriegt, müsste sie eigentlich mit 100 Milliampere Strom versorgt werden. Wir können uns hier die Leuchte an der Stelle wie einen Widerstand vorstellen, den wir halt entsprechend, ja, an den GPL-O-Pin anschließen. Und wenn wir jetzt an diesen Widerstand 12 Volt anlegen würden, würden 100 Milliampere Strom fließen. Was glaube ich sofort zu sehen ist, sind zwei Probleme. Einmal die Nennspannung der Leuchte liegt bei 12 Volt, wir haben aber nur 3,3 Volt zur Verfügung. Das wird also schon schwierig, oder vielleicht nicht richtig funktionieren. Und selbst wenn wir es irgendwie hinkriegen würden, die 12 Volt an der Leuchte zu generieren, dann würde der Strom, der dann fließen würde, deutlich die 16 Milliampere überschreiten, was letztendlich dazu führt, dass unser Raspberry zerstört wird. Jetzt brauchen wir also ein Bauteil oder ein Gerät, was uns quasi, ja, den entsprechenden Strom und die entsprechende Spannung liefert. Und genau das können wir mit einem Transistor tun.